Und was, du hast noch nie belgische Pommes gegessen? Oh mein Gott! Nein, ich will mir nicht. Warum hast du deine rote Sechzeichen? Ja, das wirst du es wohl gerne hören. Oh Mann, das ist nervig, weil jemand wird aus. Äh, die Linse ist gar nicht richtig auf. Das ist nicht der los. Er muss warten. Oh ja, der Kamera steht hier. Entschuldigung für die Schreiber. Ich weiß es. Genau oben ist der Borgespieler runtergefallen und ich hab Wasser auf meiner Linse. Das ist ziemlich blöd. Ich sollte nicht den Himmel fählen. Und da sind irgendwelche Punks da rein. Und da gibt's belgische Pommes. Ja, und wir haben die Belgier unsere Farben geklaut. Und die haben wir reinfallen. Echt? Wir hatten zum Beispiel eine rote Flagge mit den schwarzen Seiten drauf. Boah, hier gibt's sogar belgische Mülleimer. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Und belgische Pommes in Tüten. Eben halt richtig belgisch. Ja. Oh, das zuftet aber schon gut. Wir hatten ja gerade das Heimschließt da. Was ist das? Ja. Ja. Wilke, kaufst du gerade Pommes? Belgische Pommes. Belgische Pommes, ja. Und Arne auch. Ja, eine Pommes. Und Jan kann sich nicht. Ich auch nicht. Stattdessen guck ich mir den wunderschönen Turm an. Die machen ihre Pommes richtig selber. Die nehmen die Kartoffeln. Tun sie auf den Pommes rein. Ohhhh. Ohhhhh. Äh. Woahhhh. Ich bin ja wohl zurück. Sie haben sogar Straßenerzeiten hier. Ja, ne. Ja, wirklich. Die hauschen Musik schon hergumschmeißen. Ja, danke sehr. Das war ich eine super Idee hier. Die Soße... Musik Ja.